Um halb neun oder um neun leitet das Telefon, ja, der Teammanager vom ÖFB-Team, ja, mir meine freudige Nachricht, ist sein vom DSV Leoma direkt ins A-National-Team einberufen bei Andi Herzog, sein hundertsten Länderspiel im Hannabisch-Stadion. Da sage ich, ja, Biste, ich steh grad auf, komm, bitteschön, ruf mich später und aufklickt. Passt, ne Minuten später leitet wieder das Händel. Na, das ist kein Schmäh, sie sind wirklich eingeladen, sage ich, ja, passt, freut mich hin und her. Wirklich, lautlos gescholten, weiter geschlafen. Eine Stunde später schaue ich aufs Handy 15 Anrufe um. Krone, Klane, die ganzen Fernsehteamten. Da habe ich natürlich die Nummer zurückgerufen, sage ich, war kein Schmäh, ja, nein, es war kein Schmäh, ja, dankeschön. Und dann bin ich zum Training gefahren mit dem C3, habe ich gehabt, zu einem kleinen Zwei-Sitzer, an dem C3, haben alle schon gewartet und dann hat das gestimmt, denke ich.